Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Stefan Attiger. Liebe Argovia-Hörerinnen und Argovia-Hörer. Der September gönnt uns jetzt vielleicht noch ein paar warme Tage. Der Hochsommer aber, der ist vorbei. Es war ein wunderbarer, heisser Sommer. Ein Jahrhundertsommer. Der zweite heiss ist nach dem Sommer 2003. Über den ganzen Sommer geschaut, war es in der Schweiz dreieinhalb Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Aber der Sonnenschein hat auch seine Schattenseite. Es war sehr trocken, zu trocken auch für den Wald. Die Waldbrandgefahr war so gross, dass der kantonale Führungsstab das Feuverbot im Wald und an den Waldrändern erlassen musste. Auch die Gewässer haben unter dieser Hitze gelitten. Wegen der Trockenheit sind die Wassermengen in den Bäch, Flüssen und Seen täglich gesunken. Die Lage war prekär. Wir haben an gewissen Gewässern kein Wasser mit rausnehmen. Auch nicht für beispielsweise Bewässerungen von Plantagen. So auch im Bünztal. Fast gleichzeitig haben wir im Bünztal den Spatenstich für künftig das grösste Hochwasserrückhaltebecken im Kanton durchgeführt. Hochwasserschutz bei dieser Trockenheit? Werden Sie jetzt fragen. Ist das nicht paradox? Tatsächlich ist der Spatenstich für das grösste Hochwasserrückhaltebecken bei dieser Trockenheit eine spezielle Situation gewesen. Einmal zu wenig Wasser, dann wieder zu viel Wasser, zeitlich getrennt, aber am gleichen Ort. Und trotzdem ist es kein Widerspruch. Doch, solche Extreme wie die Trockenheit dieser Sommer oder das Hochwasser im Mai entstehen immer wieder. Wir müssen damit leben und umgehen können, dass es solche Extremsituationen in der Zukunft häufiger geben kann. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Trotz Hitzesommer sind Hochwasser immer noch die am häufigsten eintretenden Naturgefahren im Aargau. Mit baulichen Massnahmen, wie einem Rückhaltebecken in Wohle, wo sich das Wasser ausbreiten und sammeln kann, werden Einwohnerinnen und Einwohner und Siedlungsgebiete vor dem Wasser geschützt. Ganz nach dem Motto Sorge vor in der Zeit, dann hast du in der Not. Der Regierungsrat Stefan Attiger Exklusiv bei Radio Algovia Exklusiv bei Radio Algovia